Ist das nicht offensichtlich? Ich liebe Monk. Wieso? Ich werde es nie verstehen. Holiday, du hast ungefähr zwei Minuten, um deine Sache klar zu machen. Ich leiste Miss Prima Gesellschaft. Brubeck wird dein Signal orten. Er orten uns schneller, wenn wir offline gehen, das weißt du. So haben wir zumindest ein bisschen Freiraum, ehe er ein paar Handlanger losschickt. Aber wieso, wieso ist sie es wert? Sie weiß verdammt viel über Trinity. Und das ist alles? Ich ziehe es vor den Menschen zu vertrauen, nicht dem Protokoll. Deshalb bist auch du hier, oder? Monk, opfer dich nicht für sie auf. Komm zurück zu uns und ich, ich bring das Protokoll in Ordnung. Das sollst du nicht. Ich möchte, dass du es brichst. Nur du kannst uns beiden helfen, das Land zu verlassen. Und Davis dazu bringe, uns zu helfen. Was spinnst du? Davis würde niemals helfen. Würde er helfen, wenn es um uns zwei ginge? Vielleicht gibt es einen Weg. Aber er wird dir nicht gefallen. Halt, bleiben Sie stehen! Was passiert jetzt? Passieren Sie uns ein? Das ist Hollidays Entscheidung. Holliday, der große, böse Wolf drängt diesen Augenblick in deine Hütte ein. Verdammt, was soll das? Ich bitte um Entschuldigung. Du musst mir verzeihen. Was denn? Alles. Ich verzeihe. Ich hab dir damals ins Bein geschossen, weißt du noch? Ich hätte dich niemals getötet. Das weiß ich. Ich kann es nicht, Mark. Ich kann nicht mit ihm zurückgehen. Was ist los? Prima. Verzeih mir nochmals, mein Liebzell. Halten Sie sie auf! Prima! Nein, nein! Bereiten Sie darauf vor, Holliday umzulegen. Sie müssen sie aufhalten! Halten Sie sie auf! Sie wissen, was ich tun werde! Prima, nein! Er schießt sie bei vier, drei, zwei! Verdammt! Davis! Es musste sein, Mark. Sie wusste das. Was zum Teufel ist das für eine Nummer? Was soll das? Das ist unsere Seite der Abmachung, Vargas. Das ist ein Trick. Holliday will sterben. Alle werden sterben. Verstanden? Erhaltet Holliday im Visier. Das ist kein Trick. Prima für das EMP. Das war die Abmachung. Sie lebt vielleicht nicht mehr, aber Sie haben sie zurück. Sie bekommen Prima via das EMP. Und Sie werden zu Ihrem Wort stehen. Holt das EMP zurück! Na los, holt es zurück! Hallo, Jungs. Aus der Rückhäuse scheint nichts zu werden. Tja, ich bin nicht wirklich überrascht. Los, los, los! Los, los! Los, los! Los, los! Los, los! Untertitelung des ZDF, 2020